Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Unravel. Und wir machen uns jetzt hier weiter durch diese Maschine. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell. Nein, 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 verdammt, ich wollte unbedingt diese Blume erwischen. Yes, so, unverdrossen, was für ein Erfolg. Oh mein Gott. Jetzt noch jetzt hier direkt wieder, nein, nein, verdammt. Genau. Nein. Nein. Nee. Und. Ach, komm. Muss ich dann nach rechts direkt hüpfen? Autsch. Ich glaube, ich muss nach rechts hüpfen, ja. Ich sehe das, nein, 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 ich sehe jetzt gerade keine andere Alternative. So. Schnell. Was muss ich denn hier machen? Okay. Hm. Hm. Und jetzt? Ich glaube, wir können hier ein Trampolin machen. Und. Au. Mensch, 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 ich bin da aber auch schon verdammt. Ach, ausgestorben, wollte ich sagen. Okay, okay, okay. Hm. 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 Was ist denn jetzt hier? Ähm. So. Oh, oh. War hier nicht diese ganzen Kakerlaken? Hm. Darum müssen wir hin. Ähm. Okay. Äh. Nein. Nein. Aber ich habe doch den Stecker rausgezogen. Ähm. Warum ist denn da oben? Aber ich habe doch den... ...den Stecker gezogen. Ich denke mal, dass ich hier das dranbinden muss. Und einmal... Nein! Und einmal drüber springen muss. Ganz genau. Ha, sehr gut. Ach, nein. Okay, so. Puh. Nein. Oh ja. Nein, das ist weg. Nein. Oh nee, doch, da ist es doch noch. Puh. Puh. Ah, sehr gut. Schau mal direkt mal nach. Wie viel ist genug? Die Retter stellten sich als Plünderer heraus. Ihre Versprechen waren leer. Und der Prozess war toxisch. Jetzt gehen unsere Kinder in den Süden. Und die Alten... Nein. Was? Und die Alten... Was? Und um die Wunden zu pflegen. Okay. Anscheinend wurden dann die Leute... Ähm... Ziemlich verarscht. Jetzt ist die Frage, wo... Wo sind denn hier noch... Noch Bilder? Da waren wir schon überall. Okay, ich schau mal am besten... Nach. Hier waren wir. Wow. Yes. Bergwanderung waren wir aber auch schon drin. Ja. Okay. Ja, wo ist denn jetzt noch ein Bild? Muss ich hier lang oder entscheiden? Kann man nur hier oben lang. Ach, es geht doch noch weiter hier nach drüben. Okay. Oh, hier sind noch drei. Hier sind noch richtig viele Bilder. Der Brief. Wintersonne. Rost. Dann gehen wir hier hin. Oh, kommen wir jetzt in eine Winterwelt? Pantomime. Oh, da sind Hörscher im Hintergrund. Yay, die wird sieht jetzt schon wieder deutlich freundlicher aus. Yay. Viel besser. Im Gegensatz zur letzten. Warum ist denn hier? Warum ist denn hier? Ähm, okay. Vielleicht muss ich das dann nach unten festbinden. Ja, sieht so aus. Okay. Ich glaube, hier muss ich das wieder so als Trampolin machen. Yes. So langsam habe ich den Dreh raus. Ich fahre nochmal. Nee, nachdem ist nichts mehr. Ja. Oh, Krähen. Okay. Oh, schnell. Ich bin nicht zogren. Oh. 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 Oh, was ist alles knapp. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Jetzt schnell verstecken. Oh, nein, nein, nein. Oh Gott! Nein! Ähm, oh! Was zum... Oh, oh! Nee, das bringt uns hier nichts. Verdammt! Hm... Aber sind hier so viele... Kann ich das hier vielleicht ziehen? Das verstehe ich nicht. Oh, das ist... Ich glaube, ich müsste es irgendwie schaffen, dass da was runterfällt. Verdammt! Verdammt! Hm... Wieso kann ich denn da unten nicht dran ziehen eigentlich? Ich... Ich brauche hier irgendwie... Das ist ein Problem. Hm... Jetzt habe ich hier überall... Jetzt habe ich hier überall... Hier überall Schnüre... Hm... 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 Muss ich vielleicht das hier irgendwie nach oben bringen? Das kann gut sein, dass ich diese Box hier komplett nach oben bringen muss. Deswegen sind hier diese ganzen Verbindungsmöglichkeiten... Moment... Moment... Ähm... Dann muss ich die Box... Jetzt... Ich habe erstmal nach da drüben bringen... Macht ja auch Sinn... Wo soll ich sie sonst hinbringen? Okay... 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 Dann... Theoretisch... Von hier... Da rüber... Oh Gott... Nein... Wo ist sie hin? Wo... Wo ist die Box hin? Oh nein... Jetzt ist sie wieder hier... Ah... Man kann hier direkt mehrere Verbindungen machen... Okay... Das habe ich nicht gewusst... Das macht das Ganze ja deutlich einfacher... Okay... Jetzt aber hier... Pfff... So... Kann ich das auch direkt mit nach oben feuern? Ne... Ich muss das irgendwie denke ich mal nach oben schieben... Hey... So kommt man ja auch... So kommt man ja auch durch... Okay... Gut... Dann mache ich hier aber... Au... Jetzt bin ich gegen das Mikrofon gestoßen... Noch erstmal eine Pause... Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder... Also dann... Ciao...